Diese so traurige, ich war am Boden zerstört, als er meinen Trauzeugen entlassen hat. Hallo Freunde des gepflegten Kurzpassspiels, Tom hier. Heute reden wir über Julian Nagelsmann und die zehn Nationalspieler, die letztes Jahr auf dem Platz gestanden sind und bereits mit Julian Nagelsmann auch in der Bundesliga zusammengespielt haben. Komm, wir gehen rein und starten mit Serge Gnabry. Er hat 107 Spiele unter Nagelsmann gemacht und hat eine gute Scorer-Bilanz. Aber es gab auch ein paar Reibereien. Der Höhepunkt gipfelte in der Kritik über Gnabrys Trip zu Paris Fashion Week. Wir erinnern uns noch alle. Niklas Süle hat 85 Spiele mit Nagelsmann. Alles cool zwischen den beiden, keine Probleme, nichts Besonderes. Joshua Kimmich, er war der Prinz in München unter Nagelsmann. Er war der absolute Vertraute von Nagelsmann und die beiden sind auch taktisch auf einer Wellenlänge. Ich bin gespannt, wie das in der Nationalmannschaft funktionieren wird. Vor allen Dingen, wo ich der Meinung bin, dass Kimmich gar nicht einen so guten Stand hat in der Nationalmannschaft. Leon Goretzka, auch ein enger Vertrauter von Nagelsmann beim FC Bayern. Er wird sicher wieder ein fester Bestandteil des Kaders werden. War ja jetzt unter Flick nicht mehr so gefragt, aber der wird ihn zurückholen. Bin ich 100% von überzeugt. Musiala hat wichtige, richtig wichtige Entwicklungsschritte unter Nagelsmann gemacht. Aber das Verhältnis galt jetzt nicht als mega. Eher so als professionell gut. Sané, Leeroy. Tja, unter Nagelsmann war das zwar ein normales, gesundes Verhältnis, aber das war auch die Phase, wo Sané immer so ein bisschen den Kopf so, ne? Dieses Schleichende, wo wir alle denken, boah Junge, du hast den geilsten Job der Welt. Freu dich mal. Aber kommen wir, nein, bevor wir dazu kommen, abonniere jetzt den Kanal und du verpasst kein Video mehr. So, locker an. Like da lassen. Jetzt habe ich es. Manuel Neuer. Das Thema, da kommt nächste Woche übrigens ein eigenes Video zu. Das ist natürlich Zündstoff ohne Ende. Ich bin eh der Meinung, jeder Trainer, ob in München oder in der Nationalmannschaft, sollte sich endlich festlegen und sagen, Manu, du bist nicht mehr die Nummer 1. Bist du nicht mehr. In der Nationalmannschaft, bis ist es nämlich dann jetzt Ter Stegen. Da müsste einfach mal einer den Mut haben und das klar aussprechen. Und was in München abgegangen ist zwischen Nagelsmann und Neuer, dies wissen wir alle, gell? Diese so traurige, ich war am Boden zerstört, als er meinen Trauzeugen entlassen hat. Der Pharisäer. Naja, wir wissen es alle noch. Thomas Müller. Das Verhältnis war okay. Die haben es nicht das Beste. Und Müller war auch nicht so traurig, als es hieß, Nagelsmann ist weg, es kommt Tuchel. Naja, das ist auch ein bisschen Zündstoff. Aber ich glaube, Nagelsmann wird ihn nominieren. Er kann es sich gar nicht leisten, ihn nicht zu nominieren. Denn Müller ist jemand, der das Volk mitnimmt, wenn man das so sagen kann. Müller ist jemand, der nimmt das Volk mit und kann auch mit seiner Art nach außen für Authentizität stehen und auch Stimmung machen für einen richtig geilen Neuanfang. Timo Werner, die Nummer 9, hat seine beste Phase unter Nagelsmann gehabt. Seit Nagelsmann weg war aus Leipzig, spielt auch Werner nicht mehr so die Rolle und bringt auch nicht mehr so die Leistung, die er bringen sollte. Manche stellen sich in Leipzig schon die Frage, kann Werner noch was anderes als schnell? Benjamin Hinrichs hat zwar nur 20 Spiele unter Nagelsmann gemacht, aber Nagelsmann war ein großer Hinrichs-Fan. Ist auch bekannt. Also vom Prinzip her, Nagelsmann kann auf Spieler bauen, die ihm das Vertrauen schenken und vor allen Dingen, die das Korsett des Teams bilden können. Also ein weiterer Grund, um positiv nach vorne zu gucken.